ja guten tag guten abend meine damen und herren und hallo liebes publikum willkommen bei der neuen chefinnen sache heute mit dem ostbeauftragten der bundesregierung dem staatssekretär im wirtschaftsministerium und spitzenkandidaten der cdu sachsen zur bundestagswahl marco wanderwitz unser thema ist deutsche uneinheit rechtsprotest und demokratie im osten lieber herr wanderwitz erst mal an sie schön dass sie da sind hallo grüße sie hallo herzlich gerne ich muss einen kurzen werbeblock in eigener sache einschieben barbara junge und ich bestreiten unsere chefinnen sache jetzt schon seit anfang juli und wir betten uns mit unserem online gespräch in die sehr erfolgreichen taz talks ein wir sind heute damit der taz talk 187 und wie alle online angebote der taz ist auch unser talk für sie liebes publikum und liebe userinnen und user umsonst aber wir freuen uns natürlich wenn sie den taz journalismus über unser freiwilliges bezahlformat taz zahlig unterstützen mögen fragen können sie uns auch uns oder herrn wanderwitz gerne im chat oder eben per mail an taz talk at taz.de das erreicht uns und wir versuchen dann ihre fragen entweder einfließen zu lassen oder auch extra zu stellen herr wanderwitz als ich begann dinge über sie nachzulesen in letzten tagen hatte ich mehrfach so einen moment von acht der war das darf ich so nennen sie hauen gerne mal einen raus in der finanzkrise vor ungefähr zehn jahren empfahlen sie den griechen doch ihre inseln zu verkaufen und in sachen gesundheitswesen haben sie schon mal gefordert dass übergewichtige höhere kassen beiträge zahlen sollten dieses jahr sind es nun derjenige der inzwischen im amt des ostbeauftragten der bundesregierung die ossis beschimpft natürlich sagten sie im mai sei der rechtsradikalismus im osten ein besonderes problem ein teil der afd wählerinnen und wähler sei für die demokratie halt verloren sie seien noch diktatur sozialisiert und man müsse eben auf die nächste generation und auf bildung setzen ich muss nun für mich zugeben dass ich erst mal auch erleichtert war dass dieser ost west unterschied auch regierungsoffiziell so benannt werden konnte und aber gleichzeitig auch dachte ob er damit eine einzige afd wählerin wieder auf den boden der liberalen demokratie zurückzieht im deutschlandfunk wurde ihnen prompt auch herzlosigkeit vorgeworfen und deshalb wollen wir mit ihnen heute über den osten und die demokratie reden und meine erste frage wäre sie beschreiben die mangelnde demokratietauglichkeit oder eben auch demokratie ferne vieler ostdeutscher als generationenproblem und machen damit im grunde die ddr haftbar tatsächlich aber heben ja viele soziologinnen soziologen darauf ab dass die heute rechtsradikalen und die mehrheit von ihnen sind männer in den 90er jahren sozialisiert worden sein baseball schläger jahre ist das und stichwort in der diskussion das heißt dass also die sozialisierung nach der wende passiert ist zu einer zeit als auch die cdu noch dachte wir bringen den leuten die d mark demokraten werden die dann doch wohl hoffentlich von ganz alleine was also hat der rechtsradikalismus im osten jetzt noch mit der ddr zu tun und müssen wir nicht viel mehr über die 90er jahre reden ja das ist schon mal ein ganz schön großer komplex zu beginnen also zunächst einmal bin ich in der tat seit vielen jahren mitglied im club der deutlichen aussprache weil ich immer höre dass die menschen politikerinnen und politiker wollen die auch eine meinung haben und sie dann auch sagen und alles wäre doch so uniform und weich gewaschen und wenn man dann eine meinung hat und sagt dann eckt man natürlich auch mal an das ist dann das berufsrisiko des mitglieds im club der deutlichen aussprache ich habe auch jetzt in der aktuellen diskussion nicht von den ostdeutschen gesprochen sondern ich habe von anfang an sehr differenziert leider ist das nicht in jedem kommentar dann so wieder gespiegelt wurden und vor allen dingen betreibt natürlich die afd und betreiben die sie begleitenden truppenteile in sozialen netzwerken und in ihren netzwerken eine intensive arbeit gegen mich und gegen viele andere die das wie ich deutlich aussprechen es gibt leider in den neuen bundesländern das ist regional ein bisschen unterschiedlich war gestern beispielsweise in leipzig da ist der resonanzboden geringer aber es gibt insbesondere in den ländlichen räumen von vorpommern über die lausitz die ländlichen räume sachsen sachsen anhalt thüringens die situation dass ein erheblich größerer teil von menschen als das in der alten bundesrepublik der fall ist mit der demokratie und ihren institutionen fremdelt und das schlägt sich dann auch in den wahlverhalten nämlich dem wählen einer rechtsradikalen partei nieder wir stehen ja seit geraumer zeit vor bundestags und landtagswahlen in den neuen ländern jedes mal wie das kaninchen vor verschlange und immer wieder kommt die frage wird denn diesmal die afd stärkste kraft sein wird es denn überhaupt möglich sein in den landesparlamenten koalitionen zu bilden und das beschäftigt mich weil das die demokratie in ihren grundlagen gefährdet und weil das ein verfestigter zustand ist und ich habe das für mich mal durch analysiert und es ist eine ziemlich komplexe thematik die schon glaube ich ihre ursache auch darin hat dass eben alle ehemaligen ddr bürger bis 1989 in einer diktatur gelebt haben und wir sozusagen die demokratie nicht leben konnten das war der ist zustand von 1989 und ich erlebe jetzt beispielsweise diskussionen wenn es um sowas wie corona schutzmaßnahmen geht wo aus meiner sicht untautliche vergleiche mit der ehemaligen ddr gezogen werden wenn es um gewisse gebote und verbote geht wo ich menschen treffe die es in diesen 30 jahren nicht geschafft haben mal die ersten 20 artikel des grundgesetzes verstehen zu lesen sondern eben einfach irgendwas vor sich hin fabulieren und ja sie haben absolut recht damit dass das harte jahre in den 90ern und 2000 gewesen sind und dass auch die einen anteil daran haben dass es so ist wie es jetzt ist dass es dort viele persönliche enttäuschungen gab dass es schmerzen und verwundungen gegeben hat bis heute nach schmerzen und sie haben auch recht damit dass sagen ja auch viele wissenschaftlerinnen und wissenschaftler dass einerseits das prägende jahre für die nächste generation war und auf der anderen seite natürlich auch sich prägungen in milieus und ein milieus die familie fortsetzen wir haben jetzt in sachsen beispielsweise gesehen dass bei der u18 war gerade eben die afd wieder stärkste kraft geworden ist und wenn man da dann reinhört was kolleginnen und kollegen von ihnen getan haben die danach gefragt haben warum wählt ihr eigentlich afd da kriegt man antworten da läuft es einem kalt den rücken runter und weil ich zutiefst davon überzeugt bin dass das den inneren frieden und die zukunftsfähigkeit der neuen länder gefährdet habe ich mich dann in diesem neuen amt in den letzten monaten etwas lauter zu wort gemeldet wenn ich da direkt rein gehen kann sie haben jetzt analysiert einerseits die diktaturerfahrung andererseits die harten jahre und drittens die fortschreibung in den familien und formulieren das auch so wo sehen sie den ansatzpunkte also nur dadurch dass mit es thematisiert ändert sich ja vermutlich noch nichts das stimmt aber trotzdem bedarf es auch des spiegel vorhaltens und ich habe das gefühl dass viele die verantwortung tragen dort auch lange sich gescheut haben den spiegel vorzuhalten ein stück weit weggeschaut haben was mir mut macht und was ich glaube gestärkt werden muss ist dass ja die mehrheit anders tickt und zwar eine große mehrheit die minderheit ist nur viel größer als das in den alten ländern der fall ist sie ist demokratie gefährden groß aber die mehrheitsgesellschaft tickt ja vernünftig und diese mehrheitsgesellschaft sagt mir übrigens auch regelmäßig macht doch politik für und mit uns und schaut nicht lange ständig wie es kaninchen auf die schlange und deswegen geht es darum beispielsweise die zivilgesellschaft zu stärken das ehrenamt zu stärken natürlich geht es auch darum dass politik weiterhin ihre hausaufgaben macht und davon gibt es reichlich nach wie vor und es gibt im übrigen natürlich auch prekäre situationen aber die mehrzahl der afd-wählerinnen afd-wähler ist nicht in einer prekären situation ganz im gegenteil da sind teilweise erfolgreiche geschäftsleute drunter die aber eben beispielsweise einen völkischen grundansatz haben die es nicht so mit bund und dergleichen haben die eine uniforme gesellschaft wollen in der minderheitenrechte keine rolle spielen und das ist nicht das land in dem die mehrzahl der menschen und ich leben möchten und deswegen glaube ich müssen wir die menschen auch stärker damit konfrontieren was sie denn da eigentlich tun und zwar diejenigen die afd wählen ohne selbst rechtsradikal zu sein leider ist auch der anteil der rechtsradikal ist und die afd wählt in den neuen ländern höher als in den alten ländern aber der größere teil der wählerinnen und wähler der afd mit denen müssen wir glaube ich ein hartes intensives gespräch darüber führen dass in der demokratie es doch genügend auswahl an demokratischen parteien gibt um beispielsweise auch nach aktuellen protest situationen luft zu verschaffen weil ich dann noch mal auf den wort laut dessen zurückkommen muss was sie im mai sagten wenn man sagt dass ein teil das haben sie in der tat gesagt ein teil der afd wählerinnen wähler für die demokratie verloren sei dann treiben sie natürlich aber sehr viele in eine trotzreaktion und ich glaube noch nicht mal nur die afd wähler sondern tatsächlich auch potenzielle oder tatsächliche cdu wählerinnen und wähler weil also dieses ein teil von und sowas wird immer sofort unter überhört und dessen heißt es der typ beschimpft einfach alle naja ich will es mal so formulieren alle diejenigen die es mit behutsamkeit und samt hand schon jahrelang mit dialog angeboten bis zur oberkante der schmerzgrenze versucht haben haben ja auch nichts erreicht ich habe letzte woche bei mir im wahlkreis eine veranstaltung gemeinsam mit meinem ministerpräsidenten michael kretschmer gehabt der ich sage jetzt mal ein sehr dialogischer grundansatz als politiker hat wir sind beide gleichermaßen angeschrien ausgepfiffen ausgebucht und mit allen möglichen dingen tituliert wurden ich glaube schlicht und ergreifend dass ein erheblicher teil dieser menschen wirklich für eine ziemlich lange zeit für die demokratie verloren ist und da bringt es dann noch nichts mehr schön drum herum zu reden die wollen gar nicht mit uns reden die wollen gar nicht sich hinterfragen die wollen gar nicht so sein wie die mehrheitsgesellschaft um sie herum sondern sie wollen sie aktiv bekämpfen sie wollen ein anderes land aber was was fehlt denn eigentlich diktatur sozialisiert und die anderen gründen die sie nannten was was fehlt ist es im kern nur rassismus naja wenn man sich mal anschaut was früh nach 1990 passiert ist und das ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich ausgeforscht dann ist es ja so dass 1989 die ddr alles andere als frei von beispielsweise alltags rassismus war dass wir es mit einer ganz schön großen rechts radikalen szene zu tun hatten deren taten aber beispielsweise natürlich konsequent unter den tisch gekehrt wurden nach dem motto es kann nicht sein was nicht sein darf mittlerweile haben wir die höckes und kalbitzes und gaulands dieser welt die sozusagen sich an die spitze einer bewegung gestellt haben aber 1990 91 das sind rassistische rechtsextremistische tendenzen die direkt ihre wurzel in der ehemaligen ddr haben und dann ging es natürlich viele jahre danach weiter und da hat politik viel zu oft weggeschaut nicht genau genug hingeschaut ich bin zwar immer noch davon überzeugt dass unser grundansatz dass man rechtsextremisten nicht mit linksextremisten bekämpft richtig ist aber wir haben viel zu lange das will ich ganz offen sagen unzweifelhafte demokratinnen und demokraten eher aus dem linken politischen spektrum diesen kampf zu alleine kämpfen lassen das ist das versäumnis meiner eigenen partei über viele jahre muss man nicht ergänzen dass also speziell in sachsen man nicht nur die linken hat alleine kämpfen lassen sondern sie sogar auch noch aktiv bekämpft in ihrem eigenen kampf gegen die rechtsradikalen und extremisten und dass es bis heute auch durch die polizei sachsen so geschieht also die die übergriffe gerade der der sächsischen polizei sind ja in der bundesrepublik legende also werden zum beispiel in meiner twitter timeline nur noch mit ach sachsen kommentiert weil weil das verhalten der polizei so dort so viel anders ist als im rest der republik also das ist in dieser pauschalisierung nicht meine wahrnehmung ich habe beispielsweise aber gerade eben in leipzig am wochenende eine linksextremistische demonstration gesehen die extrem gewalt betont war die sozusagen eine unterstützungsdemo für eine derzeit vor gericht stehende gewalttätige linksextremistin war und das gehört schon dann auch zur ganzen wahrheit dazu das hat jetzt aber nichts damit zu tun wie die polizei sich verhält in sachsen oder also was uns begegnet sind leute aus sachsen die sagen naja ich melde es nicht bei der polizei weil der in dem amt sagt es dann seinem bruder und der hat wiederum ein schwager bei der und der rechtsextremen vereinigung das ist doch das problem also wir haben das ist ja nicht nur ein sächsisches problem ich sage mal stichwort hessen beispielsweise wir haben leider auch in der polizei was irgendwie nicht ganz ungewöhnlich ist wenn 25 prozent der wahlbevölkerung der wählenden bevölkerung eine rechtsradikale partei wählen problemlagen aber ich wehre mich unter anderem weil ich nicht wenige polizistinnen und polizisten landes wie bundespolizistinnen und polizisten kenne die eine sehr klare meinung haben und die sagen in meinem umfeld passiert sowas nicht wahlweise als einfache polizistinnen und polizist oder auch als beamtinnen und beamten in führungsverantwortung deswegen nein ich bin explizit nicht der meinung dass es ein systemisches problem ist aber es ist ein problem und trotzdem kann es nicht die rechtfertigung dafür sein dass polizeibeamtinnen und polizeibeamten bei linksextremismus eben auch mal hinlangen ich habe bei mir im wahlkreis beispielsweise eskalierte sogenannte schon der name ist natürlich eine perversion der geschichte montagsspaziergänge von den sogenannten freien sachsen die in sammlungsbewegungen rechtsradikaler sind da hat die sächsische polizei sehr ordentlich hingelangt beim durchsetzen der versammlungsverbote und der corona schutzregel aber wie gesagt ich finde eben bei solchen gewalt exzessen wie wir sie in leipzig gesehen haben muss das auch der fall sein nach ihrem eindruck werden also rechtsextreme schon auch von der polizei mit ähnlicher härte behandelt wie zuletzt die linken bei der auseinandersetzung in leipzig konnewitz zumeist ja wobei beispielsweise jetzt in leipzig wir ja eine extrem defensive polizeistrategie gesehen haben die nur leider eben auch nichts gebracht hat sie könnte die gewalt und die sachbeschädigung eben leider auch nicht verhindern und ich habe beispielsweise neulich bei der einführung des neuen polizeipräsidenten zwickau in der rede gehört die an klarheit einerseits an selbstreflexion und auf der anderen seite an klarheit eines polizeibeamten in führungsverantwortung nichts vermissen hat lassen er hat ganz klar gesagt dass polizisten auch bürger in uniform sind in einem besonderen verantwortungsverhältnis stehen und er sich und das erwartet er von jedem der unter ihm dienst tut von allen arten von radikalismen insbesondere von der größten gefahr die wir derzeit in sachsen haben nämlich dem rechtsradikalismus ganz klar distanziert und das auch nicht duldet in seinem polizeipräsidium ich würde gerne trotzdem noch mal einen schritt zurückgehen ich bleibe immer noch bei dieser diktaturerfahrung hängen und ich erinnere mich sehr gut an die 90er jahre und wer da so auf den straßen unterwegs war jetzt sagen sie auch noch das wird durch die familien weiter vererbt oder durch die milieus auch weiter vererbt ich erinnere mich sehr gut wie ich als im auftrag der uni unterwegs war und seminare gegeben hat da kam mir nur entgegen ist ja nur ein umerziehungsprogramm das war jetzt auch nicht das effektivste mittel um über über demokratie und grundgesetz zu sprechen wie kommt man denn daran wenn sich das fortsetzt weil dann nehme ich an ist die nächste generation auch so und wenn man hinguckt wie viel sozialarbeit dann auch von rechtsextremen in in sachsen zum beispiel aber natürlich auch in anderen bundesländern gemacht wird ist da ja schon ein problem wo man nicht so richtig reinkommt also zunächst einmal ist es ja erfreulicherweise wiederum ja sie haben in sofern recht dass die gefahr besteht dass die nächste generation sich ihre gesamtheit nicht von der generation zuvor unterscheidet aber auch in dieser nächsten generation ist aller voraussicht nach die mehrheit für die demokratie gesichert nur ist es eben eine große minderheit wir bemühen uns ja alle miteinander sehr zu differenzieren aber es ist eben schwierig weil man es in jedem zweiten satz wieder sagen muss damit niemand sich unabsichtlich auf den fuß getreten fühlt weil vermientes gelände ich bin total bei ihnen dass politische bildung eine kerner arbeit ist weil ich sage mal am frühstückstisch der familie sind sie eben nicht dabei aber die großen versäumnisse liegen natürlich erst mal in den 90er wir reden ja regelmäßig darüber was hat die treuhand alles richtig und falsch gemacht ich glaube eines der größten versäumnisse der politik damals möglicherweise aus einer gewissen blauäugigkeit und einheitseuphorie heraus ist dass man nicht genügend in politische bildung investiert ich glaube viele menschen wären damals viel aufnahmebereiter gewesen als sie es jetzt sind will sagen wir haben uns ja alle irgendwie als politische autodidakten betätigt wir haben uns diese friedliche revolution erstritten aber irgendwie hat jeder eine andere vorstellung davon gehabt was ist eigentlich demokratie wie funktioniert die wo wollen wir hin im übrigen muss man sagen gibt es auch eine zahl von menschen die mit der ddr führung in konflikt gekommen sind und heute pauschal unter dem titel bürgerrechter laufen die wahrscheinlich in jedem system mit den regierenden unter mehrheitsgesellschaft in konflikt kommen würden deswegen sind ja auch leider einige fälle von ehemaligen bürgerrechtern bekannt die sich jetzt exzessiv sozusagen der rechten szene zugewandt haben aber damals hätte man ja so wie ich bin damals in die neunte klasse gegangen 1990 wir haben dann statt staatsbürger kunde rotlicht unterricht haben wir damals im gemeinschaftskunde unterricht gelernt wie das politische politische parlamentarische system funktioniert ich treffe regelmäßig menschen die das bis heute nicht verinnerlicht haben und das ist ganz schwer zu kriegen und ja wir müssen es halt immer wieder versuchen ich bringe mal ein beispiel wir haben jetzt ja parlaments als regierungs kabinettsausschuss zum thema rassismus bekämpfung gehabt in den habe ich mich sozusagen aktiv reingedrängelt weil ich mich leider melden muss als beauftragte für die neuen länder mit um rassismus geht weil der ist ja nun mal vorhanden und dann habe ich zum beispiel nicht lang gebraucht hubertus heil zu gewinnen aber ich bin derjenige der das thema rassismus am arbeitsplatz eingebracht wird weil ich ja sehe was in den betrieben teilweise passiert nicht in den größeren mitbestimmten sondern ich sag mal bei manchem handwerker es gibt jetzt beispielsweise auch handwerker die sich zum beispiel in der flüchtlingsarbeit engagieren oder einfach nur normale menschen sind bei denen alles in ordnung ist aber es gibt auch handwerksbetriebe wo dezidiert sozusagen vom lehrling bis zum handwerksmeister alle denselben rechtsradikalen tick haben und deswegen müssen wir auch dort versuchen reinzukommen weil die sind ja dann auch auf baustellen und da darf eben auch nicht geduldet werden dass dort rassistische stereotype beispielsweise bedient werden und irgendwie die nationale freiteste zöne ausgerufen wird oder irgendwie an der baumaschine in südterlin schrift irgendwelche fahrer sprich deutsch schriftzüge aufgedruckt sind aber die frage ist ja wie weit man jetzt noch kommt also sie haben vor vielen tagen erst ein tweet weitergeschickt getweetet in dem eine journalistin eine szene aus pirna geschildert hat wo auch ganz junge leute teenager befragt wurden und ein 13 oder 14 jähriger sich mit wirklich abgrund tiefer verachtung über schwarze menschen geäußert hat ich gebe es hier mal gerade nicht wieder aber es war erschütternd es ist die frage bringt es was dann im unterricht über eine zusammensetzung eines parlaments zu sprechen oder reden wir hier nicht von von noch was viel grundlegenderem was was menschen beigebracht werden muss also sowas wie respekt vor anderem leben also wir haben möglicherweise allen ähnlichen unterricht gehabt zum thema so setzen sich parlamente zusammen so funktionieren legislative judikative etc pp aber wenn es einfach darum geht andere menschen nicht umbringen zu wollen dann muss man ja vorher ansetzen ja also zunächst einmal muss ich sagen auch wenn ich sage dass eine gewisse zahl von menschen momentan für demokratische parteien nicht erreichbar sind gebe ich natürlich nicht die hoffnung auf dass das bei dem einen oder der anderen gelingen kann und dass uns das bei jeder jungen generation ein stück weit besser gelingen kann aber es ist unheimlich mühsinnig aber selbst wenn aus angst vor tut ist ja auch keine lösung und sie haben völlig recht damit wir müssen da sehr viel breiter im ansatz sein ich habe beispielsweise auch diskussionen durch in der flüchtlingskrise wo ich dann sozusagen aus meinem christlichen menschenbild heraus dinge versucht habe zu erklären und in leere augen geschaut habe und mir menschen gesagt haben hören wir auf mit einem christen zeug mir ist doch egal wenn im mittelmeer menschen ersaufen so ungefähr war ja das was in perna gesagt wurde also dinge die einen sprachlos machen weil sie sozusagen eine gefühlskälte beinhalten und b natürlich sozusagen wenn ich jetzt mal nicht vom christlichen ansatz komme grundlegende humanistische züge der menschlichkeit offensichtlich nicht unter ausgeprägt sind und das das müssen wir versuchen als gesamtgesellschaft über das bildungssystem aber auch darüber hinaus beispielsweise in der jugendarbeit müssen wir es schaffen an die menschen ranzubringen denen so etwas zu hause von ihren älteren offensichtlich nicht vermittelt wird müssen sie da vielleicht auch diejenigen die eher von der linken kommen und jugendarbeit machen unterstützen also es gibt ganz viele sehr engagierte jugendarbeiterinnen sozialarbeiter innen die aber tendenziell eher sagen wir mal mehr näher zur antifa als zur union haben ich will es mal so formulieren ich habe mit links grundsätzlich kein problem so wie ich auch der meinung bin dass menschen die sich auf der politischen skala mit der rechts einordnen anständige menschen sind ich habe ein problem mit radikalen und zwar mit allen arten von radikalismus und deswegen klare botschaft mit der antifa wird es nichts werden aber wenn jemand für sich sagt für mich ist die antifa das kleinere übel als der rechtsradikale dann ist das für mich persönlich noch nichts schlimmes weil das innerhalb der demokratischen bandbreite ist das eine einschätzungsfrage und ich glaube dass die allermeisten die in der jugendarbeit tätig sind unzweifelhafte demokraten sind gott sei dank und wenn die politisch eher links von der union stehen ist das für mich persönlich ein stück weit bedauerlich wobei die antifa ist ja auch schon also eigentlich ist es ein viel schwammiger begriff als es aktuell jetzt im politischen diskurs so das ist so das ist ja auch irgendwie alles nicht so richtig greifbar ich denke da halt dann so an den schwarzen block und da wird es halt schwierig ja der tritt ja in der sozialarbeit selten geschlossen an das stimmt aber wenn dann irgendwie eben solidarisierungen stattfinden also ich sage mal ganz offen ich habe mit dem gewaltexzess dieser demo in leipzig am wochenende ein problem aber ich habe mit der demo dem grunde nach ein problem weil wir sprechen hier über eine junge frau und ihre zwei potenziellen mittäter denen schwerste straftaten zur last gelegt werden die offensichtlich in deren köpfen sozusagen eine politische rechtfertigung haben aber gewalt das gewalt monopol liegt beim staat wo kommen wir denn dahin wenn wir jetzt selbst justiz machen und die antifa irgendwie festlegt sie besucht rechtsradikale zu hause und das alles sauber ausermittelt und natürlich kann da auch ein freispruch rauskommen aber sich da jetzt in dieser phase des verfahrens hinzustellen und sozusagen diese frau zu glorifizieren das ist was was ich nicht nachvollziehen kann das ist dann ähnlich wie es seinerzeit ein breites mitläufertum rund um die raf gegeben hat was nicht gut war für das land ich glaube nicht dass die frau die dort vor gericht steht auch im ansatz mit raf mitgliedern verglichen werden kann um ehrlich zu sein aber ich glaube dass wir hier sehr im detail unterwegs sind wenn es um das verfahren konkret geht die tats hat im großen ganzen eher so berichtet dass es sich da über blähte vorwürfe handelt kann ich sagen und wird sie jetzt nicht überraschen dass es eine eher konstruierte geschichte so sei also ich habe dazu bundesanwaltschaft relativ viel vertragen okay müssen wir so stehen lassen ich würde noch mal darauf zurückkommen was sie vorhin auch sagten dass ja auch ihnen im wahlkampf jetzt eine menge hass und eine menge bodenloser äußerungen entgegenkommen die eben also nicht nur auf mangelndes rechtsstaatverständnis sondern noch viel viel grundlegenderes hinweisen und mir ist jetzt also vollkommen klar sie sind im wahlkampf und wahlkämpfer muss immer sagen dass er souverän ist sich davon nicht besonders vereindrucken lässt und dass es anderen noch schlimmer geht also alles was man halt so sagt und trotzdem ist ja auch klar was gerade passiert hat eine andere qualität weil es müssen parteiveranstaltungen jetzt vielleicht nicht unbedingt von ihnen aber von vielen anderen abgesagt werden weil die polizei die sicherheit der teilnehmenden nicht mehr garantieren kann und auch schlicht weil wahlkampfhelferinnen und helfer angst haben und zwar um ihr leben müssen wir nicht eigentlich sagen dass die demokratie an solchen orten wo solche veranstaltungen abgesagt werden müssen also vollkommen harmlose parteiveranstaltungen eigentlich dass die demokratie dort schon ausgesetzt ist also ich habe vorhin gerade beispielsweise auch einen wahlstand gar nicht erst ausgepackt weil mich dort über eine telegramm gruppe mit 60.000 abonnements in sachsen mobilisiert eine anderthalbe handvoll von solchen krawallmachern erwartet haben und meine helfer schlicht auch angst hatten die haben gesagt die haben uns schon beim letzten mal als wir da vorgefahren sind gleich erstes mal gegen spiegel getreten da will ich gar nicht erst aussteigen und ich will auch ganz offen sagen dass die schon beschriebene veranstaltung letzte woche in össnitz im erzgebirge nur unter schwerstem polizeischutz stattfinden konnte und zwischen meinem ministerpräsidenten mir auf der einen seite und diesen krakehlenden leuten es nur mit einer kette von polizistinnen und polizisten ging und trotzdem man sich dabei erwischt dass man denkt wenn es jetzt einem so richtig den draht aus der mütze haut weiß denn nicht wie es ausgeht und insofern ja das ist ein riesengroßes problem und ja das können wir als gesellschaft als demokratie so nicht hinnehmen dass es solche quasi rechtsfreien räume gibt auf der anderen seite muss natürlich auch sagen und deswegen werden ja auch zum beispiel hier und da mal demonstrationen verboten selbst bei bester einsatzführung können in manchen sondersituationen geben die polizeien nicht alles parallel absichern und da bin ich in der tat im zweifel dafür das fußballspiel dann nicht stattfinden zu lassen als ein parteitag nicht stattfinden zu lassen weil das letztere ist konstitutiver für die demokratie wir müssen da entgegenhalten und deswegen tue ich mir auch zum beispiel unheimlich schwer so eine veranstaltung abzusagen weil das irgendwie am ende des tages ja sie erreichen ihr ziel bedeutet aber es bringt dann noch nichts so einen infostand hinzustellen wenn du zehn krakeler neben dir stehen hast weil die jeden normalen menschen abschrecken und du erreichst nichts inklusive dass mit denen kein dialog möglich ist weil das wollen die ja gar nicht also insofern große herausforderungen die demokratie steht von vielen an vielen stellen und vorrangig von rechtsradikaler seite ganz schön im feuer derzeit mit das ausreichend ist mit sehnte wir fallen uns entspann tschuldigung mach du es zurück alles gut nein aber muss das nicht noch ein nachspiel haben nach der wahl also ich habe den eindruck dass viele wahlkämpferinnen und wahlkämpfer also auch solche im westen zurzeit versucht das problem im grunde runter zu spielen weil wie gesagt im wahlkampf ist ja man ja immer souverän und gibt keine schwäche zu aber was da passiert ist eine bedrohung unseres demokratischen alltags das ist nicht nur irgendjemand dritten wahlkampf stand um und das passiert zwischendurch mal sondern das ist systematische mobilisierung gegen demokratische verfahren also gehen sie davon aus dass da die die daten der leute die sowas machen erhoben werden werden da noch verfahrene öffnet gibt es größer angelegte maßnahmen die hoffentlich bald nach der wahl dann starten also zum einen ist es natürlich so dass da wo unmittelbar der verdacht auf straftaten besteht beispielsweise gewisse parolen skandiert werden oder irgendwelche plakate hochgehalten werden man versucht der leute habhaft zu werden und man trifft dort nicht selten vielfach bekannte auf der anderen seite bin ich aber völlig bei ihnen dass dieses relativ neue jedenfalls jetzt breite um sich greifende phänomen eine intensivere antwort bedarf und ich für meinen teil habe mir heute gesagt das wirst du jetzt nicht mehr vor der wahl lösen aber wir müssen hier systemisch ran und das werden in der tat diskussionen sein die wir nach diesem wahlkampf führen müssen und sie haben natürlich auch gestern auch wenn da kein politiker betroffen war natürlich noch mal eine neue dimension durch diese unfassbare tat bekommen dass da so offensichtlich in der corona leugner szene tief verankerter mensch einen anderen faktisch hingerichtet hat haben sie da bei ihrem wahlkampf auftreten an den ständen eine sehr enge verbindung zwischen corona leugnern und dem diktatur sozialisierten demokratiefeind erlebt naja ich will es mal so sagen die afd hat sich ja intensivst auf das thema drauf gesetzt nachdem sie brauchen ja einen neuen aufreger und erzählen da jetzt sozusagen die spinnertsten geschichten nach und der sächsische abgeordnete hilse zeigt den ministerpräsidenten wegen volksverhetzung an weil er eine 2g option beschließt und sie hat mit einem anti impf mobil durchsand und erzählt dass einem da irgendwie kleine frösche implementiert werden oder sowas also natürlich sind sozusagen verwirrte echokammern hirne empfänglicher für eine neue verspürungstheorie und die sind auch schon alle verinnerlicht aber es gibt daneben natürlich auch menschen die beispielsweise eine gewisse impfskepsis gegenüber einem neuen impfverfahren haben habe zum beispiel in den letzten tagen mit vielen menschen telefoniert oder gesprochen die eben auf einen sogenannten tot impfstoff war weil sie sagen den kennen wir da wissen wir was es ist das ist kein vektor und kein m1a im stoff da haben wir irgendwie unbehagen und mit denen diskutiere ich dann eben darüber dass ich das verstehen kann aber dass es eben wahrscheinlich bedeutet dass es im zweifel auf eine infektion hinausläuft weil jetzt ist delta jetzt ist winter und der tot impfstoff wird nicht kommen vor dem winter und dann ist vielleicht auch wenn ich irgendwie ein bauchkrummeln habe der m1a im stoff das kleinere übel ich für meinen teil bin seit einiger zeit impft und lebe noch also es gibt auch eine ganze menge von menschen die sozusagen jetzt nicht gleich dieser doppelkategorie angehören mit denen man noch reden kann auch wenn sie an dieser stelle jedenfalls nicht der mehrheitsmeinung der wissenschaft folgen können aber dass sozusagen dort der durchschnittliche afd funktionär und der kern ihrer wähler jetzt dieses neue thema begierig aufgesaugen und verinnerlicht hat das ist natürlich so und solche gibt es ja auch am rechten rand der cdu ich komme auf herrn maaßen zu sprechen sie haben sich zunächst als maaßen in dem wahlkreis in südthüringen aufgestellt wurde zunächst recht deutlich zu geäußert haben den kurs zuletzt abgeschwächt bei markus landes kürzlich in der sendung mochten sie dann nicht mehr sagen dass sie von der wahl herrn maaßens abraten wahrscheinlich haben sie ärger bekommen mit den mit den südthüringischen cdu-regionalfürsten oder also ich will es mal so sagen ich werde sicherlich jetzt nur nicht nächste woche eine einladung zum grünkohl essen oder was da in thüringen das regionalgericht ist bekommen bei uns wäre es neuner nahe aber ich finde persönlich und das ist der grund warum ich jetzt mir kein schild um den hals hänge es ist eine demokratische nominierungs entscheidung gewesen in einem von 299 wahlkreisen in deutschland ich habe im vorfeld abgeraten sie so zu tätigen aber sie ist so erfolgt und am ende des tages ist das jetzt eben einer von 299 wahlkreisen ich persönlich bin nicht mehr bereit jeden tag über dasselbe stöckchen drüber zu springen und mein verslein aufzusagen jetzt hat das neulich mal wieder katrin karin prien für die eine seite getan und wolfgang schäuble für die andere es haben mal wieder zwei bekannte cdu geschichte gesagt dass sie in wahlweise wählen oder nicht wählen würden meine standart antwort ist jetzt wenn ich in dem wahlkreis wohnen würde wäre hoffentlich ich der direktkandidat und dass ich in der union eher in der mitte stehe denn am konservativen rand ist ja hinreichend bekannt und trotzdem will ich ganz offen sagen mir gefällt nicht mit wem hans georg maaßen beispielsweise regelmäßig interviews macht mir gefällt explizit nicht seine kritik am öffentlich rechtlichen rundfunk auf der einen seite und an der medienlandschaft auf der anderen seite mir sind viele seiner positionen persönlich zu konservativ mir gefällt nicht dass er hier und da wörter und stereotype verwendet die auch am rechtsradikalen rand verwendet werden und gleichwohl halte ich hans georg maaßen für eine person die innerhalb des verfassungsbogens steht und zwar unzweifelhaft das hat auch damit zu tun dass ich ihn als staatssekretär im ministerium als verfassungsschutzpräsident erlebt habe und deswegen haben wir ein etwas ambivalentes verhältnis um es mal so zu formulieren das war ja für wahlkampfsituationen durchaus wiederum deutlich findet da gerade ein aushandlungsprozess statt wer die ost cdu ist das weiß ich nicht zumindest gab es jetzt dieser tag in den größeren artikel in der zeit der sich genau mit diesem thema beschäftigt hat ich fürchte ehrlich gesagt es wird nicht so einfach sein weil egal wie jetzt die nummer ausgeht im sinne von a die wahlen insgesamt und b ob nun der wanderwitz und der maaßen ihre wahlkreise gewinnen oder verlieren da wird jeder seine geschichte der version erzählen woran das denn dann am ende des tages gelegen haben weil natürlich ein stück weit wir ja auch die situation haben dass wir eben in so einer volkspartei eben breit aufgestellt sind und es ist ja auch nicht nur hans georg maaßen und ich sondern es sind ja menschen mitglieder die das eher so sehen wie er oder eher so sehen wie ich und deswegen werden wir glaube ich über den richtigen kurs weiterhin regelmäßig zu ringen haben auch die taz hat morgen ein stück über sie und hans maaßen kann ich schon mal ein bisschen werbung machen für die ausgabe von morgen geschrieben von sabine am orde einer hervorragenden autorin jetzt ist aber auch schluss damit aber in der tat ist es so dass sie die beiden modelle darstellen also sie sagen maximale abgrenzung von der afd wer afd welt muss sich den vorwurf anziehen dass er rechtsradikal sei oder sein könnte maaßen geht im im grunde auf annäherungskurs und breitet das vor was jedenfalls im osten auch eines tages an der cdu afd koalition sein könnte und da das ist zum beispiel so ein punkt wo ich ehrlich gesagt widersprechen wollen müsste hans georg maaßen hat vor längerer zeit genau diese konstellation dezidiert nicht ausgeschlossen sondern unter konditionen sozusagen ins felde geführt aber auch er sagt mittlerweile ist die afd in einer art und weise radikalisiert dass sie sich als jeglicher partner zusammenarbeiter für die union verbietet ich habe zumindest solches von ihm gehört und nichts anderes mehr von ihm gehört in den letzten wochen und monaten und deswegen glaube ich sollte man da am ende des tages mal nichts konstruieren was es so nie geben wird wir haben in der union auch im osten den klaren konsens mit einer derartig durch radikalisierten partei und jeder vernünftige sagt doch da klipp und klar da wird es keinen weg zurück geben gibt es nichts zu tun die sind weder bürgerlich noch konservativ sondern rechts radikal die frage geht jetzt viel mehr darum wie viel verlorenes gelände man denn möglicherweise wieder bereit ist zurückzuholen sprich wie viel konservativer die union möglicherweise wieder werden muss wie viel traditioneller sie vielleicht im familienbild werden und das ist glaube ich eine legitime diskussion innerhalb der partei und da wäre jetzt die frage braucht es im grunde eine art cdu ost oder vielleicht cdu sachsen erst mal ähnlich wie es in cdu bayern mit der csu gibt also braucht es eine cdu die den besonderen zungenschlag eine besondere ansprache findet so wie die csu halt bestimmte bayerische ich nenne es mal gemütslagen zu bedienen versteht muss muss die cdu ost oder ich bleibe bei sachsen sachsen sich von von dem unterscheiden was in westdeutschland cdu geworden ist auch unter merkel also zunächst einmal haben wir ja auch innerhalb der cdu verbände in den alten ländern erhebliche band treibt baden-württemberg ist da konservativ hessen ist lange jahre sehr konservativ gewesen mittlerweile nicht mehr in dieser form die hamburger cdu war lange jahre alles andere als konservativ und hat gerade eben mit christoph plos einen landesvorsitzenden gewählt der er sie konservativer machen will also ich glaube dass wir damit der definition osten nicht weiterkommen wir haben ja auch beispielsweise sowohl bei der thema thematik parteivorsitz als auch bei der thematik kanzlerkandidat was jeweils richtungsentscheidungen gesehen waren dass da zwischen mecklenburg-vorpommern und sachsen so unterschiede innerhalb der neuen länder gibt im übrigen will ich an der stelle nicht vermeiden und nicht versäumend darauf aufmerksam zu machen dass die last die letzten beiden unionsministerpräsidenten die in den neuen ländern wahlen gewonnen haben nämlich michael kretschmer und reimer haselhoff nun alles andere als krachledernde konservative sind also insofern glaube ich wir werden das innerhalb der bandbreite der union hinbekommen aber natürlich gibt es hier und da regionale besonderheiten spezifika in sachsen beispielsweise sage ich mal da müssen wir versuchen als volkspartei die spannbreite zwischen leipzig und der lausitz abzubilden das ist allein schon eine herausforderung wobei der lausitz sind also unter anderem ist die cdu in sachsen ja und da ist sie auch nicht alleine natürlich da grenzen noch ein paar andere bundesländer an erstaunlich kohlefreundlich also jedenfalls auf dem anderen kurs unterwegs als manche andere unions politiker die in weniger kohle lastigen bundesländern unterwegs sind und natürlich daran dass sachsen ein kohle land ist in dem zwei der drei reviere liegen in dem die kohle in diesen regionen die strukturtragende industrie ist und die menschen haben unterschließt sich wieder der kreis zu den 90er jahren die menschen dort haben zu recht auch diejenigen die und das sind viele sich für das thema umwelt und klima interessieren und engagieren die haben aber auch zu recht angst dass in ihren regionen schlicht das licht ausgeht wenn man dort dieser industrie zu schnell den stecker zieht und deswegen wollen wir jetzt einen gelingenden strukturwandel wird hinbekommen aber dieser gelingende strukturwandel ist definitiv nicht bis 2030 hinzubekommen das ist wolken kuckucksheim wer das denkt und deswegen sind wir an dieser stelle ein stück weit zurückhaltender oder anders formuliert wir sind froh und dankbar dass es uns gelungen ist den kohle kompromiss zu finden mit einer ziemlich breiten gesellschaftlichen beteiligung wo viele sich bewegen mussten und wo der grundansatz der sächsischen cdu nicht 2038 gewesen sondern 2045 und diesen kompromiss müssen wir jetzt aber auch bitte gemeinsam durchtragen weil das ist eben das was innerhalb der bandbreite der sächsischen bevölkerung konsensfähig war aber müssen wir jetzt wegen der erinnerung an die 90er jahre und was dann so gut gelaufen ist dann tatsächlich dass die den ausstieg aus dem fossilen zeitalter verzögern das wäre ja eine harte last historisch gesehen jedenfalls ist genau das sind die sorgen die sich die menschen heute machen ich bin vor zwei wochen in der lausitz gewesen in weißwasser beispielsweise in schleife aber auch in boxberg direkt bei der lea und habe da unter anderem mit mit zwanzigern diskutiert junge menschen die dort gerade eben sozusagen den einstieg in ordentlich bezahlt tarif gebundenen job gefunden haben und die klipp und klar sagen habt ihr denn für mich eine botschaft wie ich und meine familie hier in dieser region weiter gut leben werden können wenn es die kohle nicht mehr gibt und das ist ja das was natürlich die afd völlig überzeichnet aber wo ich eben für manche die dort diese antwort überhaupt nicht geben wollen dann ich die antwort haben muss das löst bei menschen angst und sorge aus weil sie das alles an die transformationsprozesse der 90er erinnert diese nämlich weitaus ungesteuerter und unkontrollierter abgelaufen als jetzt wir nehmen jetzt 40 milliarden in der hand wir wollen diesen strukturwandel wirklich gewinnend machen aber den kriegst du nicht in zehn jahren gepacken und ich finde wir sollten ihn machen weil ansonsten haben wir den zweiten schiefgegangenen strukturwandel in deutschland in ostdeutschland und es werden noch mehr menschen den glauben an diese demokratie und die soziale marktwirtschaft verlieren ich muss zugeben ich habe große schwierigkeiten das datum 38 zu akzeptieren angesichts dessen wie täglich die neuen erkenntnisse der wissenschaft reine rauschen und uns sagen auf was wir eigentlich zu rennen was müsste andersrum gefragt getan werden in der lausitz in sachsen damit es schneller ginge 40 milliarden sind ja jetzt nicht gerade wenig also ich bin da ganz bei ihnen obwohl ich klar sage der kompromiss muss gelten bin ich sehr dafür dass wenn wir bei den regelmäßigen evaluationen feststellen wir haben es halt früher geschafft mit dem strukturwandel dann können wir auch gerne früher raus ich persönlich glaube übrigens dass der markt ist sowieso regeln wird wir haben jetzt gerade die situation dass ein großer kemditzer energieversorger aus der braunkohle aussteigt und das ist eine mischung aus unternehmerischen entscheidungen und dem was die kundinnen und kunden in seinem versorgungsgebiet fördern die gehen jetzt erstmal sozusagen übergangsweise auf gas mit dem ergebnis dass die natürlich viel weniger braunkohle im mitteldeutschen revier abnehmen werden als ursprünglich geplant war was wir brauchen ist am ende des tages vielleicht noch mal mehr geld wenn es schneller gehen soll aber vor allen dingen brauchen wir beschleunigung zum beispiel wenn es darum geht infrastruktur fragen zu klären wir haben dort ein paar große straßenverbindungen zu bauen zum beispiel die milau die die mitteldeutsche das mitteldeutsche revier und die lausitz verbindet bundesfernstraße aber zum beispiel auch die elektrifizierung chemnitz leipzig aber auch die elektrifizierung von dresden richtung polen möglicherweise der sechsstreifige ausbau der a4 das sind in deutschland mittlerweile jahrzehnt bauten also sprich 10 20 jahre dauert das bis man so eine strecke bauen kann mit diesen planungsverfahren werden wir den strukturwandel nicht schaffen wir müssen dort ähnlich wie der den verkehrsprojekten deutsche einheit die rechtsmittelzüge deutlich einkürzen müssen schneller zu baurecht kommen und müssen dann natürlich auch in einer zeit in der baukapazitäten knapp sind es schaffen auch für diese projekte sozusagen möglicherweise die botschaft zu haben wir wissen ob dazu steht auf des zustands der rein drücken aber vielleicht müssen die doch noch mal fünf jahre aber sie möchten jetzt als antwort auf den kohleausstieg nicht unbedingt auf autobahnbau drängen oder also mit verlaub ist es klingt wenn man an fragen des klimawandels ernsthaft interessiert ist ein bisschen bizarr zu sagen okay wir hören auf kohle zu schürfen die uns alle umbringt und bauen dafür die autobahnen aus für die autos die uns alle umbringen die autos die uns alle umbringen sind ja im zweifel die die verbrenner mit fossilen brennstoffen das ist ja nur alles andere als gott gegeben ich habe hier einen steinwurf entfernt das neue zentrum der elektromobilität volkswagen zwickau nur wir müssen natürlich auch die lebensrealitäten im ländlichen raumstück beachten also wer denkt dass die individuelle mobilität übers auto kurzfristig irgendwie abzuhelfen ist dem kann ich auch nur sagen wolkenkuckucksheim funktioniert alles in berlin funktioniert alles in leipzig funktioniert nicht auf dem flachen land ich habe es in der wahlarena des mdr beispielsweise erlebt eine ganz vernünftige junge frau im ländlichen raum die hat da echt sorgen und dann hat die mir mal ihren lebenszyklus sozusagen beschrieben kita schule arbeit fährt 35 kilometer am tag der konnte ich natürlich relativ schnell sagen dass da gerade eben bei vw in zwickau die dabei sind über die skalierungseffekte die preis die preise anzupassen und dass sie definitiv kein reichweitenproblem mit ihrem elektroauto haben wird aber sie braucht trotzdem eine straße um von a nach b zu kommen und ich habe zuerst die bahnstrecken genannt die sind auch wichtiger als die autobahnen und trotzdem brauchen wir diese anbindung von peripheren regionen bringe ein beispiel wir haben in weißwasser eine stadt die seit 1990 50 prozent ihrer einwohner verloren hat weil strukturwandel kohle nummer eins haben wir jetzt eine außenstelle unserer unseres bundesamts verhaust vor an gelegenheiten implementiert wo im übrigen insbesondere sich mit dem thema erneuerbare energien beschäftigt wird also unsere ganzen förderprogramme in dem bereich werden dort administriert wir haben dort sozusagen jetzt den regionalen arbeitsmarkt einmal abgegrast und es ist äußerst schwierig menschen zu gewinnen dahin zu gehen wenn ich um nach weißwasser zu kommen nachdem ich irgendwo in der gegend wo auch schon alle sagen das ist peripherie nachdem ich von der a 13 abgefahren bin dann noch mal eine stunde über dorfstraßen fahre die an und tobak gebaut worden sind wir müssen diese infrastrukturen errichten und da geht es um netzausbau es geht beispielsweise auch im ausbau im breitband bereich das ist leider ohne sinnvolle alternative wenn diese regionen industrieregionen bleiben sollen sollen sie das denn also da kommen wir auf diese leuchtturm debatte aber glauben wir ernsthaft dass das diese gegenden im osten auf eine bestimmte art und weise dann auch wieder zurückgewonnen werden können für industrie und florierende wirtschaft also ja mittlerweile die situation dass wir eine industriearbeitsplätze dichte in den neuen ländern von 17 prozent haben das ist der durchschnitt von frankreich und großbritannien in den alten ländern liegen wir bei 24 bis 26 prozent das im übrigen das was in meiner heimatregion in südwestsachsen der fall ist und industriearbeitsplätze haben ja immer den angenehmen nebeneffekt dass sie sehr export auf jeden sind sehr technologie auf jeden sind meistens ziemlich gut bezahlt sind und das ist ja genau der grund warum wir sie haben wollen weil in dem moment wo ich diesen anspruch industrie land zu sein aufgebe wir eine andere wohlstands erzählung brauchen weil dann wird es nicht mehr wohlstands zuwächse geben sondern dann werden wir wohlstandsschrumpfungen hinnehmen müssen denn wir haben auch noch ein paar andere probleme unter anderem das demografische problem in sachsen gehen die nächsten zehn jahren pro jahr 60.000 leute in rente und nur 30.000 kommt von unten nach und die demografie wird ja auch als ein hauptgrund gesehen für diese ich fasse mal zusammen enorm schlechte laune im osten weil es ist schon einen zusammenhang auch zu geben scheint zwischen rechtsradikalismus und abwanderung aber glauben sie dass sie durch durch infrastruktur projekte von denen sie gerade sprachen das wird ja sie sich nicht auf sich wenige wochen nur verkürzen lassen dass sie dadurch das aufhalten ja ich glaube in der tat dass infrastruktur ein prägendes thema ist damit dieser strukturwandel gelingt es geht natürlich auch um weiche themen wir hatten gestern abend beispielsweise den spitzenkandidaten talk sachsen den die leipziger volkszeitung veranstaltet hat in leipzig wo die afd uns dann vorwärfen behörden arbeitsplätze bringen uns nicht weiter also sprich unser barfahrt b es bringt uns auch nichts weiter kulturhäuser zu renovieren und kindergärten zu bauen deren lösung ist ja es bleibt alles wie es ist und im zweifel wird mehr braunkohle abgebaut aber ich bin schon explizit der meinung dass es um die harten und um die weichen standortfaktoren geht deswegen ist es richtig das kulturhaus zu renovieren und mit leben zu erfüllen und deswegen ist so richtig den kindergartenplatz zu bauen weil die menschen die da bleiben sollen die da neu hinkommen sollen im ideal fall weil wir müssen ja diese 30.000 ausgleichen die uns fehlen oder zumindest die hälfte davon die fragen natürlich zu recht ist es denn hier lebenswert und da haben wir natürlich die situation dass wir es in ostsachsen mit eher verschuldeten kommunen zu tun haben wo es eher investitionsstaus gibt und deswegen müssen wir die jetzt bei der gelegenheit auflösen wenn diese strukturwandel gelingen soll ich habe ja gerade schon gesagt diese 40 milliarden sind jetzt nicht direkt ein kleiner betrag aber ich stelle trotzdem mal die frage reicht ja also kommt mir total idiotisch vor das zu fragen muss ich zugeben aber bei dem was sie schildern weil ich will ja früher aussteigen als sie und uriki will definitiv weniger autos als sie wenn sie sagen wir brauchen aber braucht man da mehr geld hilft das also ich will mal so sagen ich glaube wir könnten es mit dem geld wenn wir uns richtig viel mühe geben und ein paar gesamtgesellschaftliche gordische knoten durchschlagen stichwort ewigkeitsplanungen dann könnten das gelingend hinbekommen ich bin ziemlich überzeugt davon wenn es schneller gehen soll dann werden wir mehr brauchen bei komprimieren zusammenschieben heißt man ist kostet zwei von mir was aber auch heißt also ich hörte einen regionalpolitiker mehr oder weniger murmeln als sie 40 milliarden in der welt waren manchmal wissen die leute dann auch nicht mehr ob sie vielleicht noch die pflastersteine vergolden sollen von der knete also manchmal ist auch das erreicht was eine absorptionsfähigkeit nennt nicht also dann fragt man sich welche paläste noch auf die grüne wiese gestellt werden sollen um das viele geld noch loszuwerden also können sie gewährleisten dass das verantwortungsvoll eingesetzt wird ja also wir sind ja hinterher also wir haben als grund beispielsweise gesagt dass wir bei dem anteil den wir den ländern kommunen zur verfügung stellen also nicht der bundesanteil was ja der kleinere anteil ist wir machen ungefähr 26 milliarden als bund selbst 14 milliarden haben länder und kommunen zur verfügung gestellt da haben wir den rahmen gegeben verwaltungsvereinbarung geschlossen und wir prüfen aber gleichwohl alles was die machen wollen noch mal summarisch auf sinnhaftigkeit insofern wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen dass irgendwann ein schwarz buch gibt wo wieder irgendein bauwerk drin steht was auf der anderen seite nicht weitergeht aber es wird eine ausnahme und nicht der regelfall sein und auf der anderen seite will ich einfach nur sagen habe es ja vorhin schon angedeutet weiß wasser 50 prozent bevölkerung verloren solche städte wie heuerswerda als eine hüttenstadt und wie sie alle heißen also in der lausitz sind wir leider weit entfernt davon dass irgendwo ein vergoldeter pflasterstein sichtbar ist stand heute und da muss man ganz schön viel gold auflegen wir haben dort wirklich teilweise noch nachwirkungen dieser dieser deformationen des letzten strukturwandels der diese regionen definitiv mehr getroffen hat als meine heimat beispielsweise ja ich habe bei mir bei mir im wahlkreis arbeitslosigkeit von vier prozent bei corona also arbeit haben ist hier kein thema mehr jetzt geht es vielmehr darum wie kriegen wir denn hin dass wir nicht weiterhin 20 prozent im mindestlohn haben und auf der anderen seite gibt es schon eine ganze menge leuten die auch darüber diskutieren dass sie an ihrer work life balance arbeiten wollen aber das ist in der lausitz nicht die diskussion dann lassen mich hier eine frage einflechten die uns zugespielt wird von unserem publikum und zwar fragt jemand mit dem namen nightmare reality wäre es vielleicht sinnvoll anreize für jobs in der pflege zu liefern so dass kohlekumpel vielleicht als kranken oder alten pflege arbeiten können also so leistet die frage an den strukturwandel also was wäre wenn wir die industrie dort nicht mehr hinbekommen aber wenn wir dienstleistungsbranchen ausbauten zum beispiel den ja wir wissen zunehmend auch im osten wichtigeren pflege betrieb ich will es mal so formulieren das wird sicherlich in dem einen oder anderen falle auch eine möglichkeit sein aber die ganz klare botschaft einer ganzen region lautet dort sie wollen industrie region bleiben und der beschriebene 63 jährige 33 jährige kraftwerk elektriker der möchte nicht pflegekraft werken sondern möchte industriearbeiter bleiben insofern ja also das werden wir auch tun können aber ich finde wir sollten nicht aufgeben den versuch zu unternehmen auch in diesen regionen einen ordentlichen beschäftigungs mix hinzubekommen und dazu gehören auch industriearbeitsplätze und die gehen dort gerade eben weil wir politisch beschließen dass sie weg kommen weg zu den verwendungen dieser 40 milliarden gehören ja schon aufbau auch neuer neue technologie und entwicklungszentren wäre es nicht sinnig wenn sie als ostbeauftragte dafür antreten dass der osten die entwicklungsregion steckt hin wird und dafür schneller alles geht also zunächst einmal beim strukturwandel kohle mal bleiben der betrifft ja nicht den ganzen osten mv ist da raus sage ich mal und betrifft im übrigen auch westdeutsche region stich war das rheinische revier gehört auch mit dazu und trotzdem ist es nach wie vor richtig dass wir im osten flächendeckend eher eine strukturschwäche haben mit inseln der struktur stärke und in den alten ländern ist es genau umgekehrt und insofern ja wir sind in dieser legislaturperiode dafür angetreten und ich für meinen teil habe auch weiterhin diesen anspruch dass wir etwas schaffen was martin dulig der sächsische wirtschaftsminister in klammern spd als vorsprung ost bezeichnet ich bin so hoch traurig dass ihm es geglückt ist diesen begriff zu kreieren er ist trotzdem gut und richtig deswegen verwende ich ihn mittlerweile auch wir haben die große chance in diesen zukunftstechnologien neue mobilität neue energie alle digitalisierungsthemen wasserstoff ki quanten technologien wo wir ich sag mal alle bei null anfangen sowas wie ein wie ein wie ein wie ein schnelles beiboot ost den vorsprung ost den bypass auszulegen und deswegen haben wir auch in vielerlei strukturentscheidungen in letzter zeit das getan ich bringe mal zwei beispiele wir haben von 62 nationalen wasserstoff vorhaben nach unserer nationalen wasserstoff strategie die wir gerade eben im rahmen so des europäischen ipci beschlossen haben von 62 sind 20 in den neuen ländern ein drittel nur dass wir noch mal vor augen haben in allen neuen bundesländern inklusive berlin das kann man in reinigen dorf mal zur diskussion stellen ob das passen ist leben zweieinhalb millionen menschen weniger als in nordrhein-westfalen dort leben fünf millionen im rohgebiet die haben auch ein problem insofern glaube ich wir haben eine wirklich erfolgreiche arbeit die letzten jahre gemacht zweites beispiel wir haben gerade eben ein neues dll doppelinstitut angesiedelt in kottbus und zittau was ich mit dem thema dekarbonisierung industrieller hoch temperatur technologien beschäftigt ganz wichtiges thema aber auch f und e inter lausitz verbunden mit der hoffnung für die wir weiter arbeiten dass ich auch unmittelbar da raus dann dort arbeitsplätze entwickeln und das ist genau der weg den wir gehen müssen und das ist so ziemlich das was sie beschreiben und das ist auch nicht so einfach da in den alten ländern immer nur akzeptanz zu finden weil ich treffe regelmäßig menschen die sagen warum geht eigentlich nie jeder steuereuro in die neuen länder ja weil dafür eben kein kommt kein konsens zu erreichen ist und deswegen passiert halt hier und da auch mal wieder dass ein bayerischer oder nordrhein-westfälischer minister auch mal eine strukturentscheidung betrifft die doch mal seine heimat betrifft und manche kritik daran halte ich persönlich dann auch für maßlos wir sind gehalten pünktlich lust zu machen weil sie nämlich noch weitere veranstaltungen haben heute abend wahlkampf ist anstrengend herr wanderwitz vielen dank dass sie bei uns waren und wenn ich sie richtig verstanden habe dann denken sie dass sie durch diese auch wirtschaftsfördernde arbeit eventuell die leute vom thema ablenken dass sie der afd in die arme treibt und vielleicht gelingt das ja auch vielen dank dass sie hier waren wie gesagt morgen taz lesen da kommen sie auch noch mal wieder vor also auch ans publikum vielen dank ans publikum dafür dass ihr bei uns war dass ihr uns geschrieben habt wir haben einen teil eurer fragen einarbeiten können nicht alle und viel spaß und auch mit dem nächsten taz talk der glaube ich diese woche gleich morgen schon wieder stattfindet was weißt du näheres aber von meiner so von meiner seite auch noch mal herzlichen dank für das gespräch waren damit danke ihnen auch tschüss ja tschüss so 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 so